Heute fängt der Vlog mal von hier an. Hier sind die auch immer mal wieder am Zwischenlagern der Einzelteile. Die Kabel liegen da jetzt auch schon eine Weile. Hier lagen vorher noch die großen Pfosten. Die sind ja jetzt inzwischen verbaut und grundiert. Da hat sich auch einiges getan. Das Tennisfeld wird immer noch bearbeitet. Die sind gerade am Schweißen der Konstruktion. Aber es dauert wahrscheinlich auch nicht mehr lange. Dann ist das fertig. So anstatt jetzt nach rechts zu gehen gehen wir mal nach links. Denn von außen hat sich auch Menge getan. Und dann zeige ich euch danach wieder den normalen Weg, den ich immer laufe, sage ich mal. Musik Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja und hier kann man dann ganz gut den Fortschritt sehen. Die haben wahrscheinlich erst die andere Seite zu Ende gebaut und sind dann nach hier gewechselt. Also bis auf ein, zwei Stellen sieht es ja auch schon gut aus. Also ein, zwei Stellen sind noch nicht verputzt, aber schon geklinkert, sag ich mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja, hier endet gleich der Bordstein. Da hinten könnt ihr das Elf Leila, Valela sehen. Und das ist dann jetzt der Jungle Park quasi aktuell von der Rückseite. Da seht ihr auch noch ganz rechts einen Bagger, zumindest den Arm davon. Ja, ich wäre gerne den Weg gelaufen, ich dachte auch, der würde gehen, aber der ist nur für Mitarbeiter, also quasi auf der Hälfte des Gebäudes, kann man dann nicht weiterlaufen. Da steht dann, da steht dann Security und die lässt dann auch nicht drüberlaufen, klar wegen Gefahr auf eine Baustelle und so verstehe ich, dann bin ich einmal hinten an der Tankstelle entlang gelaufen. Also wenn ich jetzt gleich wieder im Hotel bin, kann ich erstmal ein Liter Wasser auf X trinken, egal ob mit oder ohne Kohlensäure. Aber sieht sehr, sehr schön aus, vor allem wenn man dann diese Straße entlang fährt, kann man wahrscheinlich auch richtig geil die Rutschentürme sehen. Und die Gebäude sehen auch ein bisschen unterschiedlich aus. Also es ist nicht so, dass man einmal ein Gebäude geplant hat und das quasi wie ein Schachbrett-Muster einfach immer wieder reproduziert, sondern es sind schon unterschiedliche. Also das da jetzt in der Mitte des Bildes ist eher v-förmig. Dann gibt es andere, die sind ein bisschen länger gezogen. Die beiden, würde ich jetzt sagen, sind wahrscheinlich eins zu eins das Gleiche, aber gespiegelt. Da gibt es schon ein paar Unterschiede. Finde ich sehr, sehr schön. Ich gehe jetzt erstmal zurück. Ich bin fertig. Ich brauche erstmal etwas zu trinken. Ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe, aber wir haben aktuell so 37 Grad Außentemperatur. Und ich bin jetzt hier eine halbe Stunde durch die pralle Sonne gelaufen. Mich wundert, ehrlich gesagt, dass mein Handy noch keine Meldung anzeigt, von wegen Temperatur zu hoch, Überhitzungsgefahr oder sowas. Weil ich gefühlt hier gerade sterbe. Ja, wie ihr sehen könnt, ist der Zaun jetzt weg. Das heißt, man kann an der Seite komplett jetzt reingucken. Ich hatte ja die letzten Male immer so vermutet, dass das ein Pool wird. Aber jemand hat in die Kommentare geschrieben, dass das ein Springbrunnen werden soll. Und dann habe ich mich mal informiert. Und ja, es wird ein Springbrunnen. Also es ist kein Pool. Ich glaube, hier können wir jetzt nicht mehr lang laufen. Also zumindest nicht, bis sie hier fertig sind. Weil die haben einiges getan. Also komplett fertig gepflastert hier. Vor allem bei der Brüllenhitze. Also wir haben heute 37 Grad. Und die letzten drei, vier Tage war ja auch schon nicht viel kühler. Das ist ja schon echt eine Hammerleistung. Ja, ich gehe jetzt einmal außen rum. Und dann geht es in den Aquapark. Ja, für die, die dann aktuell Tennis spielen wollen, die müssen hier hinten Tennis spielen. Also es ist genau zwischen Elf Layla und Jungle auf der Elf Layla Seite. Und ja, da kommt jetzt das Bar. Und dann sehen wir die Baustelle nochmal quasi von einer anderen Seite. Hier war vorher auch der Bauzahn, der ist jetzt auch weg. Oh, und da sind jetzt schon Scheiben drin. Ja, und hier ist wie gesagt gepflastert. Also es wird auf jeden Fall. Ich bin mal gespannt, wann hier die Shops hinkommen und die Flaniermeile so ein bisschen Gestalt annimmt. Da hinten soll ja wie gesagt der Springbrunnen hin. Also es kann schon echt sehr, sehr schön werden. Ja, das Loch ist auch schon zugebuddelt. Da geht es dann zum Jungle. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ja, und da hinten haben die neuen Shops ja auch geöffnet. Hatte ich ja auch schon mal in einem Video gesagt. Ja, hier tut sich auch noch. Einiges. Aber der Innenausbau ist auf jeden Fall weiter fortgeschritten als letztes Mal. Auch oben sind schon so Zäune dran. Wahrscheinlich kann man da noch ganz hoch laufen. Aber so wie ich das sehe, sind noch keine Scheiben drin. Habe ich eigentlich gedacht, dass die jetzt Scheiben reinmachen, so in den nächsten Tagen. Also wenn man da durchschaut, sieht man auch, dass die fleißig am Bauern sind. Ich gehe jetzt nochmal hoch auf die Rutschen und schaue mir das von da an. Ich bin so, so gespannt, wenn das fertig ist. Weil so viel Zeit haben die jetzt auch nicht mehr. Ja, 30.05. Es sind noch knapp sieben Wochen. Irgendwann müssen die Rutschen ja montiert werden. Ja, auch hier geht es voran. Der Turm ist jetzt komplett fertig. Wahrscheinlich kommt dann ein Aufzug oder so rein oder ein Treppenhaus. Und der Zaun ist jetzt komplett in. Also die wollen wahrscheinlich die Liegefläche zügig wieder freigeben. Wenn wir noch unschlüsse, vielleicht weiß das ja jemand von euch, ob hier oben drauf eine Terrasse kommt, wo man sich dann abends nett hinsetzen kann, was essen kann mit Blick auf den Aquapark. Oder ob das einfach nur eine Oberrandung ist, dass man vielleicht später die Kühleinheiten nicht sieht von den Klimaanlagen. Vielleicht weiß es ja einer von euch. Da hinten ist dann die Straße, die ich dann außenrum gelaufen bin, um euch die Rückansicht des neuen Hotels zu zeigen. Gehe jetzt nochmal nach oben. Mal gucken, vielleicht kann ich da bessere Bilder machen. Ja, auch die Türme nehmen langsam noch mehr Gestalt an. Also der Türme wird jetzt schon verputzt. Der linke ist schon fast fertig verklinkert. Er wird jetzt auch verputzt und gestrichen. Wahnsinn, wie schnell das alles geht. In der Mitte kann man jetzt schon mehr Spielgeräte erahnen. Alles so bunt. Da gehe ich jetzt auch nochmal hin. Schon krass, was sie so in den paar Wochen oder zwei, drei Monaten geschaffen haben. So, der Tum sieht jetzt auch schon fast fertig aus. Zumindest von den Klinkern. Krass, wie hoch der Turm ist. Da wird auch noch fleißig gearbeitet. Ja, der Turm ist da schon ein bisschen weiter. Oder die Türme. Also viel Zeit haben die echt nicht mehr dabei, bis die Rutschen da sein müssen. Die können ja den Park ja schlechter öffnen und rutschen. Also, ich werde ungeduldig. Mal gespannt, was das für bunte Applikationen sind, die man vom Turm aus sehen konnte. Ich hoffe, die sind auf dem Video drauf. Sieht aus, als wäre das Kinderparadies quasi in der Mitte schon fertig. Vielleicht kann man es von der Seite jetzt gleich ein bisschen sehen. Also, ich werde ein bisschen sehen. Untertitelung des ZDF, 2020 Hier kann man jetzt auch reingucken, sehr sehr cool Ja hier sind die Rutschenteile alle, aber noch nicht an der Tour Ich bin mal gespannt, wann das so kommt Noch jetzt schön in die Mitte reinschauen Also es wird auf jeden Fall Hier kann man jetzt auch sehen, dass der Innenausbau schon anfängt Also sprich die Arbeiten, alles parallel Schon echt der Wahnsinn Ich hoffe man kann es auf dem Bild sehen Wenn ich filme gegen die Sonne Und ich sehe auf meinem Bildschirm leider gar nichts Da die Rutschenteile Ich denke mal, dass es jetzt in den nächsten Tagen losgeht Und dass die dann anfangen zu montieren Ich sage jetzt nochmal außenrum Zurück zu meinem Fehler Und um was zu trinken Das ist wirklich unfassbar heiß Ja nachdem ich mich am Anfang des Videos ein bisschen drüber lustig gemacht habe Habe ich die Fehlermeldung für die Temperatur dann gleich zweimal heute bekommen Beim ersten Mal fand ich es noch ganz lustig Da bin ich einfach Also es war drei Minuten oder zwei Minuten nachdem ich es ausgesprochen habe Da fand ich es halt ganz lustig Da war so ein bisschen Karma Und ja ich habe mich dann einfach in Schatten gesetzt Mir war sowieso mega warm Und ich hatte mega Durst nach der Großrunde die ich gelaufen bin Und habe mich dann hingesetzt Nach einer halben Stunde in etwa ging alles wieder Also es war gar kein Problem Und dann habe ich Ja ich glaube eine halbe Stunde später Nachdem ich oben auf dem Rutschenturm war Habe ich die Fehlermeldung ein zweites Mal bekommen Da fand ich es dann halt gar nicht mehr lustig Und ja weil ich einfach keine halbe Stunde dann wieder abwarten wollte Also es hat mich halt einfach genervt Und dann habe ich mich halt an den Poolrand gesetzt Und habe das Handy einfach mal ins Wasser gehalten Die sind ja sowieso wasserdicht Und ich dachte mir im Poolwasser ist ja sowieso kein Salz Also höchstens das Chlor könnte da irgendwas beschädigen Aber toi 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 Hat nichts Also es ist einfach nichts passiert Das Problem war Dass ich das Handy an der Powerbank hatte vorher Und das ging dann auch nicht Weil dann hat er mir die nächste Fehlermeldung geschmissen Von wegen Lightning-Konnektor Ist es feucht bitte warten Oder irgendwie sowas Und dann konnte ich die Powerbank nicht benutzen Beziehungsweise er hat dann den Vorschlag gemacht Ich könnte es auch ignorieren Aber dann hatte ich Angst Dass das iPhone dann irgendwie beschädigt wird Das heißt ich musste dann trotzdem wieder ein bisschen warten Habe es dann so Ja wie früher diese Gameboy-Spiele so ein bisschen ausgepustet Den Konnektor unten Und ja dann ging es auch Aber es war auf jeden Fall die schnellere Option Als wieder eine halbe Stunde zu warten Ich habe es wirklich nur zwei Minuten unter Wasser gehalten Und das Handy war wieder funktionsfähig Also es ist unter Wasser quasi der normale Bildschirm wieder angegangen Und alles war cool Also sollte das nochmal passieren Werde ich das in Zukunft häufiger machen Ich hoffe dann Dass das Handy so viel geladen ist Dass das ja Einfach Keine Powerbank benötigt Aber das ist natürlich kein Tipp an euch Wie gesagt Keine Ahnung Ob da in Zukunft mal was passiert Ich hoffe halt nicht Aber ja Man weiß es ja auch nicht so richtig Sag ich einfach mal Ja Das war auf jeden Fall mein Tag Ich hoffe Ihr hattet auch einen schönen Tag Und ja Das war es mit diesem Video Das war es mit diesem Video